In der physischen Geografie versteht man unter Naturraum eine durch Parameter der Geofaktoren Klima, Relief, Wasser, Haushalt, Boden, geologischer Bau und Bios charakterisierte Einheit des geografischen Raumes. Der sehr ähnliche geografische Begriff der Landschaft wird teils in identischer Bedeutung verwendet, teils auch differenziert, indem Naturraum allein die naturgesetzlich determinierte Komponente des jeweiligen Raumausschnittes beschreibt. Während Landschaft weitere Komponenten wie die aktuelle Landnutzung einschließt, die einzelnen Naturräume können entweder als räumliche Individuen konzipiert sein, die in ihrem Gesamtcharakter sich in einzelnen oder mehreren Geofaktoren von den benachbarten Flächeneinheiten unterscheiden, oder als Typen, die eine gleichartige Merkmalskombination aufweisen. In beiden Fällen sind landschaftliche Einheiten von bestimmter Erscheinung und Standortausprägung sowie Lagequalität gegenüber benachbarten Flächen mit unterscheidbarer Charakteristik abgetrennt. Naturräumliche Gliederung Naturräume werden in der Regel nicht solitär ermittelt und abgegrenzt, sondern flächendeckend für mehr oder weniger ausgedehnte Ausschnitte der Landschaftsphäre. Je nach Auswahl und Kombination der betrachteten Geofaktoren ergeben sich Einheiten unterschiedlicher Größenordnung, die in hierarchischen Strukturen geordnet werden können. Dabei sollen Naturräume gleicher Ebene durch gleiche Parameter determiniert sein. Ein Wechsel in der Rangstufe, die H zu hierarchisch über bzw. untergeordneten Einheiten, geht stets mit einem entsprechenden Wechsel der charakterisierenden Merkmale einher. Die Anzahl der ausgewiesenen hierarchischen Ebenen ist variabel, desgleichen ihre Bezeichnungen. Beallgemeinernd unterscheidet die Landschaftsforschung die Maßstabsbereiche oder Dimensionsstufen topisch, kurisch, regionisch und planetarisch. Die unterste, topische Dimension wird von quasi-homogenen, die, ha, nicht sinnvoll weiter unterteilbaren Grundeinheiten gebildet. Die kurische Dimension beinhaltet Verbände oder Mosaike von Grundeinheiten in einer für den Menschen zumeist noch überschaubaren, etwa dem umgangssprachlichen Begriff von, Landschaften entsprechenden Flächengröße. Die Grenze zwischen kurischer und regionischer Dimension ist nicht scharf gezogen. Die planetarische oder globale Dimension ist die oberste, ihr Gegenstand die gesamte Erdoberfläche. Über die Frage der zweckmäßigsten Strukturierung oder naturräumlichen Gliederung wird bei Landeskundlern, Geografen, Biologen und anderen mit den räumlichen Strukturen beschäftigten schon sehr lange intensiv diskutiert. Gegenwärtig sind zwei Verfahrensansätze etabliert, deren ältere eine Gliederung im Wortsinn ist, d. h. von großen Einheiten ausgeht und sie anhand differenzierender Merkmale fortgesetzt in immer kleinere Einheiten unterteilt. Das jüngere Verfahren der sogenannten naturräumlichen Ordnung basiert dagegen auf einer Kompletterfassung der kleinsten Grundeinheiten, um sie dann anhand gemeinsamer bzw. übergeordneter Merkmale zu immer größeren Einheiten zu aggregieren. Naturraumerfassungen und Gliederungen erfolgen oft anwendungsorientiert, d. h. zweckgebunden. Der vorgesehene Verwendungszweck setzt der Bearbeitung inhaltliche Schwerpunkte und territoriale Begrenzungen. Für ein bestimmtes Territorium können mehrere unterschiedliche Gliederungen existieren. Aneinandergrenzende Territorialgliederungen können inkompatibel sein. Globale Dimensionen die Landschaftsformen oder physiografischen Regionen der Erde ihre naturräumlichen Einheiten werden vor allem in der angloamerikanischen Literatur nach Nevin-Fennemann unterteilt. In der deutschen Geografie, die sich teilweise von dieser fast rein auf Geomorphologie, bzw. der Kombination aus geologischen Verhältnissen und topografiegestützten Betrachtungsweise unterscheidet, brachte unter anderem Ernst Neff diese Übersicht näher. Die Gruppeinteilung erfolgt in Kontinente, wobei es zwischen den einzelnen Kontinentalblöcken durchaus wegen gemeinschaftlicher Vergangenheit oder ähnlicher Genese Verbindungen gibt. Unterhalb der Kontinente als oberstes Gliederungskriterium folgen in diesem Schema Divisions, Provinces und Sections, entsprechend der Nomenklatur des USGS. Regionische und Chorische Dimension Deutschland in Deutschland stellt seit den 1950er Jahren das Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands mit seinen Fortschreibungen das gebräuchlichste Gliederungsmodell dar, das in den meisten Bundesländern als Planungs- und Beobachtungsgrundlage dient, auch in leicht abgewandelter Form zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst bei seinen phänologischen Untersuchungen herangezogen wird. Es sieht sieben hierarchische Ebenen vor. Deutschlands Festland hat demnach Anteil an fünf Einheiten der obersten Ebene, die als Großregionen erste Ordnung bezeichnet werden und sich nach aktuellem Stand jeweils in Großregionen zwei Ordnung aufspalten. Norddeutsches Tiefland-Marschland-Mecklenburgisch-Vorpommerisches Küstengebiet-Norddeutsche Seenplatte-Norddeutsches Heide-Gest-Hügel- und Flachland-Lösböden-Mittelgebirgsschwelle-Rheinisches Schiefergebirge-Niedersächsisch-Hessisches Bergland-Niedersächsisches Bergland-West- und Ost-Hessisches Bergland-Harz-Thüringerbecken-Östliche Mittelgebirgsschwelle-Thüringisch-Fränkisches Mittelgebirge-Vogtland-Erzgebirge-Westliche Sudeten-Oberpfälzisch-Bayerischer Wald-Schicht-Strahl-Balken-Balken-Östliche Mittelgebirgsschwelle-Thüringisch-Fränkisches Mittelge Stufenland beiderseits des Oberrheingrabens-Nordfranzösisches Schicht-Stufenland-Oberrheinisches Tiefland-Südwestdeutsches Stufenland-Oberpfälzisch-Obermainisches Hügel-Land-Alpenvorland-Nördliches Alpenvorland-Voralpines Hügel- und Moorland-Alpen-Schwebisch-Bayerische Voralpen-Nördliche Kalkalpen-Otto-Klausing bezeichnet die zweite Ordnungsstufe der naturräumlichen Einheiten als Region. Die Einheiten dritte Ordnung entsprechen im Regelfalle den Haupteinheitengruppen, sofern diese nicht bereits Großregionen 2. Ordnung darstellen. Jedoch wurden sehr viel raumeinnehmende Einheiten 3. Ordnung oftmals auf zwei oder mehr Gruppen aufgeteilt. Im Schicht-Stufenland etwa die schwäbisch-fränkischen Goye, Kolpalias-Länder und Alpen im vorliegenden Falle auch aus kulturräumlichen Aspekten heraus. Das rheinische Schiefergebirge stellt, trotz seiner Aufspaltung in immerhin acht Haupteinheitengruppen, gleichzeitig eine Einheit zweiter und dritter Ordnung dar. Die weiteren Untergliederungen, Chorische Dimension, 4. Ordnung, Haupteinheit, 5. Ordnung, Untereinheit, 6. Ordnung, Teileinheit, Topische Dimension, 7. Ordnung, Grundeinheit. Singularität Einzelform in einzelnen Bundesländern werden alternative Gliederungen erarbeitet und angewendet. Das System der Naturräume in Sachsen beruht konsequent auf dem Prinzip der naturräumlichen Ordnung. Die Naturräume Thüringens sind auf kaurischer Ebene zu Typen abstrahiert und dadurch nicht ohne weiteres mit den auf naturräumliche Individuen orientierten Gliederungen der benachbarten Territorien kompatibel. Listen nach Bundesländern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein. Eine nur geringfügig unter biogeografischen Aspekten modifizierte Variante dieser Gliederung verwendet das Bundesamt für Naturschutz als Planungsgrundlage für das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Deutlichere Abweichungen entsprechend der speziellen Schwerpunktsetzung weist die walte ökologische Naturraumgliederung Deutschlands auf. Österreich Traditionelle wissenschaftliche Gliederung Vorländer und Randalpine Becken Alpen und Kaparten Vorland Wiener Becken Südöstliches Alpen Vorland Gneis und Granithochland Österreichische Alpen Nordalpen Zentralalpen Südalpen Siehe Großlandschaften Österreichs Schweiz In der Schweiz ist die geografische Gliederung historisch dreiteilig Jura, Mittelland Alpen Die biogeografischen Regionen der Schweiz, Jura und Randen Östliches Mittelland Westliches Mittelland Hochrhein- und Genferseeregion Voralpen Nordalpen Östliche Zentralalpen Westliche Zentralalpen Südalpen Südlicher Tessin Die Zuteilung erfolgt auf Gemeindeebene Da es sich um eine Gliederung zu statistischen Zwecken handelt, wurde keine feinere Gliederung vorgenommen